Hallo! Heute ist der Tag, an dem ich es wage, einen neuen YouTube-Kanal zu eröffnen. Bisher habe ich nur einen Kanal, den Elina Violina Musikkanal. Weil ich aber eine vielseitige Person mit vielseitigen Interessen und Erfahrungen bin, habe ich schon ganz lange das Bedürfnis, einen zweiten Kanal zu eröffnen oder auf jeden Fall über meine anderen Themen zu sprechen. Und heute möchte ich über das Thema Augenlasern sprechen. Ich habe mir nämlich meine Augen lasern lassen. Das heißt, diese ganzen Brillen brauche ich zum Glück nicht mehr. Und auch nicht diese Sonnenbrillen mit Dioptrien drin. Ich habe mir meine Augen lasern lassen vor fünf Monaten. Und ich habe dabei die Methode Trans-PRK gewählt. Und mehr dazu gibt es in diesem Video.